Das Rad der Zeitalter dreht sich. In Bewegung gesetzt von zwei Verfeindeten zum Krieg rüstenden Mächten. Der Staatenbund, das größte Reich der Menschen, breitet sich auf jedem Kontinent aus. Kaiser Leonus verspricht, Ehrgeiz zu belohnen, unabhängig von Volk, Bekenntnis oder Herkunft. Die Maschinen des Reiches rollen und bescheren denjenigen Wohlstand, die jede Gegenwehr vernichten wollen. Doch der Elfenhof beugt sich nicht. Es ist unsere Pflicht, Adler zu beschützen, damit die Wunder unserer Welt nie vergehen. Mein Name ist Sundrin und dies ist mein Tagebuch. Mein Vater ist König Saridas, einst erster Sturmherr der Dunkelelfen. Meine Mutter ist Julia, frühere Königin der Waldelfen. Ihre Leidenschaft verband Licht und Dunkel und die Hochelfen entstanden neu. Ihre Macht verlieh Injochs altem Elfenhof neuen Glanz. Mein Bruder, Prinz Thanes, ist der Erstgeborene. Er wurde in Kriegskunst und Staatsführung ausgebildet und ist zu groß im Bestimmt. Ich bin die Zweitgeborene, ein Mädchen. Mein Vater erwartet von mir nur, dass ich einen mächtigen Ehemann heirate. Aber ich will das nicht. Nach außen hin mag ich eine pflichtbewusste Tochter sein, doch ich habe trainiert und spioniert. Ich werde mehr sein als nur eine Prinzessin. Am Hof kommen und gehen Gesandte. Alle reden vom Krieg. Viele strömen zum Banner des Elfenhofs auf der Suche nach Schutz vor dem Staatenbund der Menschen mit seinen Apparaten aus Metall und Rauch. Die Zweitgeborene 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 Die Zweitgeborene